In Aure steht ein Fässerhaus, das raubt schon mal ne Meldung raus, die fernab von Realität hinterher im Raum steht. Dunkt verbreiten kann sie gut, dem Menschen damit Leid antut. Unterm Deckmantel der Seriösen bebergen sich die Bitterbösen. Es ist Schluss vorbei, Freiheit, Schluss vorbei, mit Lügenmärchen. Im Kopf, da haben sie nur Tors, sie treiben Menschen durch das Dorf, sie tun das völlig ohne Not und treiben sie dann in den Tod. Revolverblätter gibt es viele, sie haben dabei böse Ziele. In Hamburg, München und in Aurich wird die Welt dadurch sehr schaurig. Freiheit, Schluss vorbei, Freiheit, Schluss vorbei, mit Lügenmärchen. Die Leser behandeln sie wie Beute, sie benutzen sie als blöde Meute. Der Staatsanwalt erkennt das Spiel, der Richter holt den Dunkt an Kiel. Ruf Mordkampagnenblatt, Ruf Mordkampagnenblatt, Ruf Mordkampagnenblatt gegen unbequeme Leute. Ruf Mordkampagnenblatt, Ruf Mordkampagnenblatt, Ruf Mordkampagnenblatt. Hetze für den deutschen Stammtisch. Peace up. Auf Wiedersehen. 업riz hacia der Politik. Ami We требuzzhiere TiceUS Bordkampitt. Ruf Mordkampnenblatt, Ruf Mordkampnenblatt. Mal ganz. Mit Stoppe über Gerda avec euch Mod или Jehremusikum, iam differenzulter des天ygrights mit jemandem nicht benutzt. Mitsch Beta bei Schlaufera. Vielen Dank.